Herzlich willkommen bei der Rainer SCT Akademie. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie die Logdateien an den Support schicken können, falls ein Problem mit dem Kartenleser auftritt. Starten Sie hierzu bitte den Cyberjack Gerätemanager. Klicken Sie hier mit der rechten Maustaste drauf und als Administrator ausführen. Bitte bestätigen Sie eventuell auftretende Sicherheitsabfragen. Hier klicken Sie nun, ich möchte mich später registrieren, falls das Fenster hier noch auftaucht. Im Reiter Test klicken Sie nun auf Test starten. Bitte legen Sie dazu auch eine Chipkarte in den Leser. Warten Sie das Ergebnis des Tests ab und bestätigen Sie dies mit OK. Wir zeigen Ihnen nun die erste Methode, wie Sie die Logdateien versenden können. Gehen Sie hierzu in den Explorer. Da es sich bei den Dateien um versteckte Dateien handelt, zeigen wir Ihnen nun, wie Sie sich diese anzeigen lassen können. Klicken Sie hierzu auf Ansicht, Optionen, Ordner und Suchoptionen ändern. In den nun folgenden Fenster klicken Sie wieder auf Ansicht, scrollen nach unten, bis Sie sehen, ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen. Setzen Sie hier bitte den Punkt und klicken Sie auf Übernehmen und OK. Somit haben wir die versteckten Ordner sichtbar gemacht. Nun wechseln wir in das E-Mail-Programm, das wir hier beispielhaft in einem Browser haben. Öffnen Sie dieses. Gehen Sie auf Einfügen, Dateien als Anhang und gehen Sie nun in das Verzeichnis dieser PC, lokaler Datenträger, Programm Data, reiner SCT, Log und markieren Sie hier die Dateien, die sich dort Rhythmien finden. Wenn alle markiert sind, klicken Sie auf Öffnen. Die Dateien werden nun als Anhang in Ihr E-Mail-System eingefügt. Geben Sie einen passenden Betreff ein, hier in dem Beispiel Logfiles. Geben Sie bitte eine exakte Fehlerbeschreibung für den Support von reiner SCT im Textfeld ein. Geben Sie nun bei an die folgende Adresse ein, support at reiner mit e i minus sct punkt com Die E-Mail kann nun gesendet werden. Kurze Zeit nach Versand der E-Mail bekommen Sie eine automatische Rückmeldung vom Support. Die E-Mail beinhaltet die Ticketnummer. Bitte antworten Sie immer auf diese Ticketnummer, wenn Sie Fragen zu Ihrem Ticket haben, damit der Fall Ihnen zugewiesen werden kann und die Bearbeitung so schneller erfolgen kann. Nun folgt die zweite Möglichkeit, die Logdateien zu versenden. Klicken Sie in dem Reiter Über, im Cyberjack Gerätemanager, auf Datenverzeichnis öffnen. Hier gelangen Sie nun direkt in den richtigen Ordner. Gehen Sie auf Log, rechte Maustaste, Senden an und wählen Sie E-Mail-Empfänger aus. Es öffnet sich nun Ihr installiertes E-Mail-Programm und hat die Logdateien bereits angefügt. Geben Sie nun wieder einen passenden Betreff ein und dem Textfeld die Nachricht an den Support mit einer exakten Fehlerbeschreibung, damit Ihnen schnell geholfen werden kann. Die E-Mail senden Sie auch oder direkt an support at reiner mit e i minus sct punkt kom Auch hier erhalten Sie kurz nach Versand eine Rückmeldung des Supports mit der Ticketnummer. Bitte antworten Sie stets auf diese Nummer, damit der Fall eindeutig zugewiesen werden kann und eine schnellere Bearbeitung möglich ist. Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Support gerne unter support at reiner minus sct punkt kom zur Verfügung.